So, beste Waffe. Und wie findest du die Story? Ja, bisher halt mega. Also generell, grundsätzlich die Story ist nicht nur mega, sondern halt generell das ganze Game, so vom jetztigen Spieldesign her, ist halt auf jeden Fall besser als die meisten Horrorspiele, die ich so gespielt habe. Was die Story angeht, ist halt jetzt auch sehr viel Nostalgie natürlich dabei, ne? Man erkennt sehr viel wieder und so. Naja. Genau. Heute werde ich tatsächlich aber nur bis 0 Uhr das hier spielen, dann wird Supreme Commander wieder gestreamt. Also kannst du noch zwei Stunden, zweieinhalb Stunden exzessive Alien Isolation mitnehmen. Wann da hinten? Sind sie auf dem Weg? Ja. Ricardo geht vorhin da rein. Ich habe ihren Samuels-Typen zur Androiden-Abfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abregelung aufheben. Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Syntet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Vermutlich. Rayplay, wir sind das Einzige, was zwischen Semastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Waits. Jetzt bleibt uns nichts als das Scheißteil zu töten. Zu töten? Aber, 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 aber man, da wollte ich, könnte ich ja mal fragen, bist du, machst du morgen den Rest? Ja, klar. Auf jeden Fall. Also es wird jetzt auf jeden Fall durchgespielt, aber, warte, morgen haben wir Dienstag? Ja, das müsste noch gehen, ja. Genau. Genau. Ähm, es wird durchgespielt, es wird, äh, also ich kann auch verstehen, wie man das, also warum man da speedrunnt, weil, ne, ist halt, kannst du ja auch rein theoretisch die ganze Zeit rennen. Ne, ich schleiche jetzt hier die ganze Zeit wegen der Sicherheit. Und, ja, keine Ahnung, ist halt, äh, ist schon witzig auf jeden Fall, ne? Aber ich werde es wahrscheinlich nicht speedrunnen. Vielleicht irgendwann nochmal spielen und dann kann man ja mal ein bisschen offensiver an die Sache rangehen. Aber, ja. Jetzt sind heute tatsächlich die ersten Blair Witch Folgen online gegangen, glaube ich. Kommen jetzt jeden Tag zwei, weil ich, glaube ich, nur 20 Minuten online stellen darf, aktuell noch bei YouTube. Na, also kannst du auch mal reinsehen. Das ist auch unfassbar nice, ne? Das ist noch ein bisschen grusiger wie hier. Aber, ja, ich dachte tatsächlich, ich hätte diesen Gerät, äh, diesen Gerät, dieses Upgrade schon bekommen. Ich habe ja eben den Upgrade bekommen, aber das war anscheinend nicht das. Hm. Bist du eigentlich für Alien, ähm, naja, einsammeln und, ähm, das studieren? Also, wenn du jetzt in dem Fall wirst, oder würdest du es auf jeden Fall safe töten? Also, ich habe ja noch etwas. Ich könnte den ja schon mal holen. Töten? Ah, okay. Ja, nice. Und wieso töten? Wieso nicht studieren? Oder bist du für... Weil ich weiß, was mit dem Vieh passiert. Ja, gut, aber... Hm. Ist halt die Frage so, ich finde es halt schwierig, weil... ...etwas lebendig zu, ähm, studieren ist natürlich immer einfacher. Und in den Filmen hat man ja gesehen, so eine minimalste Kommunikation, ja, war ja eigentlich relativ schnell herzustellen, ne? Also, ich kann mich da noch an diese Szene erinnern mit dem Schalter, ne? Wo das Vieh dann... ...angeflemmt wurde, oder so? Also, lustigerweise, ist schon die richtige Richtung, alles klar. Weil das Vieh fast unzerstörbar ist, ja, klar, aber deswegen ja sezieren, weißt du, und studieren, vorher. Also, bevor du es tötest, oder falls man es töten müsste, halt... Ja, man muss es halt schlau anstellen, logischerweise, aber ich würde mich für einen sehr, sehr schlauen Vorschlag überreden lassen. Bevor man es tötet. Wenn man es töten müsste. Da stehen auch die ganzen Haltestellen. Apollo, Pencils. Haltestelle für Sixen Communication Technologies, technischer Support-Dienst und Gemini Exoplanet Solutions. Ich bin im Systec-Tor. Ripley, passen Sie auf. In Ihrem Bereich werden vier Stürmer gemeldet. Zum Server-Hub. Ich denke, morgen kommst du auch an eine Stelle, wo du was sehr Interessantes siehst, und dann willst du safe nicht, dass es lebt. Ja, klar. Ich denke mal, äh... Okay. Ich muss mich jetzt wieder wahrscheinlich konzentrieren. Okay. Oh-oh. Die Schränke sind ja alle offen. Ich habe mit allem gerechnet, aber damit wirklich gerade nicht. Ich habe hier aufgepasst. Habe ich was falsch gemacht? Ich habe mit dem Brandschutz-Sammelpunkt. Dies ist keine Übung. Bleiben Sie ruhig. Mhm, 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 mhm. Gehe mir bitte. Kannst du mich bitte nicht anpacken? Danke. Ich bin jetzt die Tür verschlossen. Mann, warum machen wir eigentlich überall, wo wir hinkommen, erstmal extrem viel Lärm? Warte. Meine Batterie ist leer. Okay, das hat nicht so viel gebracht, wie ich ja gehofft hatte. Die kommen hier aber sonst nicht weiter. Wir müssen ja hier durch. Nein, das macht doch keinen Sinn. Sauer. Hebel oder Schalter, den ich übersehe. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Das ist ein Foto. Und da können wir nur einmal um die Kurve. Hier raus. Im Prinzip. Wieso habe ich eigentlich die Flamme einfach draußen? Feuer ist hier noch. Wait, was ist los mit dieser Station? Die fällt schon seit längerem auseinander, aber dank der Stichung sind auch die meisten der Systeme abgeschaltet. Hinzu kommt, dass alle zu sehr damit beschäftigt sind, zu überleben, als dass sie irgendwas instand halten könnten. Und voilà, Chaos. Ach, jetzt sind die auch wieder offen. Ich verstehe nicht, diese Systeme von Türen sind abgeschlossen, wenn man, äh, wenn es brennt oder so. Nicht, dass die einfach zugleiben. Die Leute, die da drin sind, kommen auch einfach nicht raus. Wenn wir es sehen, dann rennen wir einfach. Bestes Threat. Ah, das ist nicht so schlau. Wir werden bald schlafen müssen. Ich packe das nicht viel länger. Ja, links ist auch was. Hallo? Nein, Schatten. Noch ein Signal. Junge, wie viele Signale. Das da hinten könnte das Alien sein oder andere Leute? Ist da drüben gerade was explodiert? Das ist das Geringste ihrer Probleme. Die Kreatur ist in der Nähe. Ihr habt's gehört. Kauen wir ab. Achso, und das ist jetzt okay für die? Ich dachte, die erschießen mich safe direkt wieder, soweit die mich sehen. Ich kann die einfach nicht unterscheiden. Ohne Spaß, die sehen alle gleich aus. Nur Front an der Stelle. Die Kreatur, wie sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen, hochwertige, aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Dieser Turm kann abgestattet werden. Rüftungsschichte Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur. Und Riccardo verriegelt ihn. Riccardo. Oh, Springkapseln? Oh. So, was ich gucken will, ist nämlich, wofür brauchen wir eine Sprengkapsel und sollten wir damit nämlich was bauen? Sprengkapsel ist nämlich voll. Hier für nicht. Wie sieht das Signal, äh, Dings denn aus? Latt auf Gute. Ja. Ah, das ist so ein Sprengsymbol. Oh, da ist es lang. Molli. Mal auf die Map. Ja gut, wir müssen hier runter und unten kommt man ja nach da oben wahrscheinlich, ne? Hm. Aber das hast du bestimmt schon vor Paaren. Lieber Mollo oder Rohrbombo oder P immer basteln. Ich habe hier jetzt mal so eine Geräuschmacher ausprobiert. Das war auch sehr nützlich tatsächlich gerade eben. Da war ich in so einem... Da habe ich dann den... Was habe ich denn da gemacht? Ähm... Die Dings wieder aktiviert. Die... Züge. Aber nicht so ein Züge. Transiten oder sowas. Der Eingang ist direkt vor Ihnen. Nutzen Sie das Terminal im Rezeptionsbereich um die Tür zu öffnen. Natürlich. Die Tür ist. Züge. Untertitelung des ZDF, 2020 Riccardo schließt die Abregelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Von den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Serverhub-Rezeption. Erstatten Sie Unterwegsbericht. Natürlich. Das ist ein bisschen Sound. Ja, hier kann man sich drunter verstecken. Alles klar. Sogar richtig weit. Das ist schon mal nice. Und eine Seite ist zu. Doppelt praktisch. Ein Sound das macht. Ekelig. Hier gibt es doch nichts zu loopen wieder, oder was? Das ist ja übel ärgerlich. So ein großer Raum und nichts zu loopen. Tada. Alkohol. Die Tasche ist auch schon wieder leer. Anlagenkunstrolle. Sperren Sie das da vorne? Tatsächlich, oder? Jetzt ist ja dazu. Das war doch der Plan. Wenn wir da dann vorher übergehen. Ob hier drin war ich, nehme ich noch nicht. Bis zum Teil. ob sie mit auf mich ist oder nicht das licht das kann ich auch nicht sagen ja 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 Untertitelung für funk, 2017 hier reinklettern ist auch nichts es ist immer schwierig zu sagen ob ich hier noch irgendwas liegen habe oder nicht jetzt machen er Oh, ich kann auch was lesen. Sicherheitsgitter an der gruppe im lager wir können keine wache rund um die uhr aufstellen aber mit den freiwilligen habe ich das nicht gerade abgesperrt aber mit dem freiwilligen mit der freiwilligen wache und den bestehenden sicherheitssystem des turms alles wasserdicht ab jetzt werden die sicherheitsgitter für niemanden geöffnet und die vorratsbeschaffung läuft über mich wir können alles wir können das schaffen leute thompson optimistisch gefällt mir ich weiß nicht wie lange ich das noch aushalte es ist eng dreckig und der müll fängt an zu vergammeln ich weiß nicht mal ob ich überhaupt sicher bin wir hier überhaupt sicher sind letzte woche sind kater und thompson von ihnen ihren erkundungstouren mit waffen zurückgekommen ich sehe ein paar leute hier plötzlich in einem anderen licht vielleicht hat diese frau winters recht vielleicht das ist nichts ganz klar das ist nichts ganz klar das ist nichts ganz klar ich drücke doch a ich muss d drücken ja ist ja witzig das ist Der unten oder oben? Ist der unten oder oben? Ich glaube, der ist unten, ne? Ich kann halt auch beiden von den Dingern da rauskommen. Egal, wir machen es trotzdem. Vorratsspeicher verschlossen. Okay. Hmm. Hmm. Da habe ich über wenig für. Da habe ich auch nicht genug. Einen gesetzt habe ich den auch noch nicht. Sieht aber lustig aus. Gut, da lesen wir nochmal kurz. In Hoffnung, dass wir unsere Ruhe haben. Verschwunden. Es hat sie geschnappt und ich konnte nichts tun. Erst hat es Duck zerrissen, dann hat es Liam halbiert und wie eine Puppe beseite geschmissen. Dann hat es Emma in die Ecke gedrängt. Ich war im Schatten. Es hat mich nicht gesehen. Emma hat nach mir gerufen. Hat um Hilfe gerufen, aber ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte solche Angst. Es hat sie geschnappt, aber ich werde sie finden. Mit Intelligenz. Mit Intelligenz. Das meiste wurde bereits geplündert. Ich werde versuchen in den Tresorschrank einzubrechen. Ich glaube, die bewahren da drinnen Sicherheitshacker auf. Könnten wir gut gebrauchen, aber ich werde nicht viel länger hier unten bleiben. Hier ist... Ich weiß nicht. Es ist einfach absolut unheimlich hier unten. Ich will in den Frachtraum. Rufen Sie mich an, wenn Sie diese Nachricht erhalten, okay? Okay? Der hat es mit Wiederholung, ne? Ja. Apollo und der IBI anruhen. Zusammenarbeit für eine sichere und besser eingegliederte Sebastopol-Station. Drücken Sie A, ich drücke D. Eier Wind-igration. Jess peroch Deep A, ich zum Dübauer. ricoω. Wade! Können Sie mich mit Reveille verbinden? Sie sind bereits verbunden. Reveille! Es gibt einen Umgierungsbefehl mit dem Sie die Notfallabriegelung einleiten können. Verschlüsselte Inhalte, Zugangsgut eingeben, Privatfehler gehackt. Franco, ich habe mir die undichte Stelle im Archiv angesehen und bin mir ziemlich sicher, dass es ein Hardwarefehler ist. Die Arios-Systeme sind zu alt für die richtige Integration in komplexe Programme wie Apollo. Ich habe noch etwas anderes entdeckt. Es sieht aus, als hätte jemand in den letzten paar Jahren auf persönliche Nachrichten und Kameraauszeichnungen zugegriffen. Vorstandsetage San Cristobal, sogar das Marshall-Büro wurden gehackt. Sagt Ihnen der Name Ransom was? Ja, der Typ ist richtig schlimm. Zubehör gesperrt. Ordner-Code 7789 Umgebungsprogramm, Ripley Es ist alles bereit. Lassen Sie sich das Programm laufen, um den Sicherheitsordner zu öffnen. Ricardo Klobber Klein Ah. Das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur noch ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Eine Routine-Datei-Übertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Äh, nichts weiter Besonderes. Aber es muss ja trotzdem niemand sonst davon Bescheid wissen, oder nicht? Wenn sie den Mund aufmachen, wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Mary nicht weiß, oder? Lassen Sie sich entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Es muss nicht eskalieren.